Tja, es wird spannend. Wenn das letzte Blatt gefallen ist auf natürliche Weise, dann gucken wir hier rein und schauen mal nach, wie die Abmosung sich entwickelt hat. Das ist ja nun schon das dritte Jahr offen und dann wird endlich umgetopft in eine Bode-Schöder-Schale. Darauf warte ich jetzt. Ich sitze nicht die ganze Zeit andächtig davor, aber es wird von Tag zu Tag besser. Blatt für Blatt fällt und so langsam komme ich zu dem Punkt, wo ich richtig reingucken kann und sagen kann, was für ein Wurzelbild haben wir jetzt. Seid gespannt.